Tobi ist ne Schwuchtel. Nein, Spaß. Ja, war das, das war doch ne Superinleitung. Nein, Spaß. Erstmal Gedankenordnen. Also wir spielen ne Runde Trackmania Canyon. Wird ne gute Runde, hoffe ich. Ja, ja. Ich verliere es so wieder. Ich verliere. Ja. Ja, klar. Weil ich auch genau der Typ bin, der verliert. Ist wirklich so. Ah, okay. Das sagst du. Ja. Okay. Ja, liebster Tobi, herzlichst du, liebster Tobi. In welchen Server wollen wir denn gehen? Ich habe so nen Weihnachtsserver gefunden, der ist total geil. Lass mich raten, B2XM is Special? Ja. Der Elton hat total Schatten, aber sonst ist der cool. Okay, dann gehen wir auf B2XM is Special und wollen mal reinschauen. Erstmal schauen, ob Tobi dabei ist. Das ist der Kura, da ist er ja. Dann joinen wir mal ne Runde hinterher und dann wollen wir richtig loslegen, ne? Ja. Zeig, was du kannst, Alter. Ich bin in guter Zockenlaune heute. Solange mein Rechner nicht heiß läuft hier jetzt gleich beim Zocken, nimm vor, dass du mich auch nicht... Ich dachte, du hast da im Kühlschrank stehen. Ja, ach ne, deswegen ja. Tobi, das soll eigentlich heißen, dass du mich niemals schlagen wirst. Okay. Genug getotelt, jetzt geht er los hier. Mal gucken hier. Ja, ab dafür. Ab dafür Sachen. Oh, ich mag meine Gegner nicht anhaben, das schon. Ja, okay. Oh, fuhr. Sehr verkackt hier. Haha, ich bin direkt mal aus der Bahn geflogen. Das war schon mal ein supergeiler Start. Aber das ist ja nicht so. Ach, das Ding fällt noch durch, der weiße, wie die Strecke ist. Ja, ich bin direkt ausgeflogen, bei mir war nichts damit durchfahren. Oh, oh, aua. Yo, und da grüßt die Wand von vorn. Der Bro-Code ist Bro, schreit Santa. Okay. Richtig. Das meine ich mit dem, der hat mir einen Handschatten. Ach, das ist der Atmen vom Server, mit dem schreibe ich gleich mal ganz nett. Ich habe so eine Vermutung, dass der ein bisschen Schizo ist, aber... Ah, Schizo, okay, weil... Er schreibt mit dem, wie... Also, er schreibt was rein, aber niemand antwortet ihm. Vom Freund hat er sich auch selbst geantwortet. Das finde ich gruselig. Der hat ihn auch gerade. Yo, ich habe gerade mal sowas von einem fünffachen Backflip gemacht, glaube ich, ungefähr. Äh... Aber... Ne, kein Aber. Aber passt gerade in der Satzstellung gar nicht. Vielleicht werde ich ja doch noch dritter. Okay, der hat mir das gruselig, aber gut. Nein, echt... Wie lange ist denn die Scheißstrecke hier? Fucking lang. Oh, oh. Nein! Wieder runter, ich will wieder runter, ich will wieder runter. Ah, nein, 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 nein! So runter war nicht gemeint. Doch, ja, 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 ja. Sauber. Platz. Keine Ahnung. Werde ich gleich wissen. Und, Tobi, wie sah dein zweiter Weihnachtstag aus? Erzähl doch mal was Schönes. Boah, nichts Besonderes eigentlich. Klingt gut. Vierter! So muss das aussehen, liebe Leute. Vierter. Freunde der Sonne. Dritter. So muss das aussehen, Leute. Dritter. Okay, Tobi. Du suchst Ärger, kann das sein? Oh, ja. Jetzt kenne ich die Strecke, jetzt wirst du gleich dein blaues Wunder erleben. Beziehungsweise, ja, doch eigentlich schon. Ah, angeeckt. Das darf mal sein. Ne, Tobi? Darf mal sein, anzeigen, ne? Natürlich. Weil du immer gerne anlegst. Überall. That's what she said? Ne, that's what she said. Ah, okay. Verstehe. Kannst du gar nicht verstehen. Natürlich. Oh, kriege ich gleich knicken die Zeit. Ich fange gleich so richtig an zu weinen, weil mir das so überleid tut, ne? Tut sie gar nicht. Doch! Weißt du das nicht? Ich weine schon. Ja, ich schieb dir ja ein Mitleid, sonst weinen sie an. Bam. Vierter. Bin ich vor dir? Ja. Oh, ich bin vor dir. Fuck. Oh, ey, diese eine Kurve, ne? Tja, Tobi, deal with it. Müssen wir uns gleich mal ändern. Ich denke nicht. Oh, ja, doch. Hätte ich jetzt Lust drauf. Warte. Den fahr ich mal schnell weg. Den fahr ich mal schnell weg, sagt er. Als würde er jemals ne Chance gegen mich. Verdammter Bullshit! Wo kommt die Kackwand her? Ja, stimmt. So kann ich das niemals schaffen. Foto! Okay, was hast du gegen mich? Also irgendwie, die und Schätze sind gruselig. Friss meinen Staub, Sir. Friss meinen Staub. Deal. Wie. Du. Denkst. Gönn dir den. Also, die haben ein leichtes Gameplay verändert, muss ich sagen. Und das finde ich ein bisschen kacke. Oh, komm schon, Mann. Ja, muss es mal geben, ey. Neun Sekunden Rückstand, ja. Hinter dir? Ja. Nee. Ach, schmeck mal ab. Schmeck mal ab, Alter. Du schmeckst gleich ab. Ja, der Junge hat so einen Schatten, ey. Der Admin. Geht eigentlich. Das ist genau mein Typ. Verdammt, ich vergesse immer, dass die Kurve hier noch weitergeht. Das ist Bullshit. Geht das inzwischen wieder bei dir mit dem Driften? Naja. Ja, wie gesagt, das ist halt das Gameplay. Wir haben sie wohl ein bisschen geändert, würde ich jetzt mal vermuten. Zum letzten Mal, wo ich gespielt habe, ist das schon was anderes. Und das ist echt irgendein bisschen scheiße. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Weißt du? Ne, ich auch nicht. Aber es versaut mir so ziemlich mal in den Rundenzeiten. Boah. Hätte ja klappen können. Wird mich schon auf, wenn ich hier an diesem ersten Pfosten da, beim Start, gegen Nudeln, ne? Da fährst du gegen. Ja, weil ich gerne Nubi bin. Du bist so ein Opfer, Tobi. Ja. Na. Oh Gott, ich habe noch 50 Sekunden, um eine perfekte Runde hinzulegen. Bullshit. Scheiße, ich sehe nicht. Sagst du. Ja, sei. Ja, verkackt. So ein Scheiß, egal. Ich lege hier ein paar Drifts in hier vorne. Nee, oh bullshit, geht gar nicht. Ein paar Donuts drehen. Ja, das geht auch irgendwie nicht mehr. Oder ich kann es zumindest nicht. Warte. Ja, super, auf einen Boostfeld einen Donut zu machen, das ist bestimmt ganz intelligent. Ja, mit selbst. Ah, hier, jetzt bin ich gerade in dieser Riesenkurve. Ah, jetzt mache ich einen Donut. Oh yeah, Leute, da wird einem schön Licht bei. Oh. Oh, wo bin ich denn überhaupt? Das läuft überhaupt für eine schwule Musik im Hintergrund. Jetzt mal ohne Mist. Oh bullshit, da ist er vor mir, ey. Jawohl, Digga. Nein, das kann ja wohl jagen gehen, Alter. Wupp, wupp. Trotzdem müssen noch 5000 Plätze hinter mir. Ha, ha, ha. Das ist mir Wurst, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, hier. Oh mein Gott. Ja, aber warte mal ab, ich muss mich ja wie immer einfahren. Und ich muss mich auch an meine neue Tastatur gewöhnen, darfst du auch nicht vergessen. Aber an sich finde ich die Strecke eigentlich ganz knorkel. Ganz knorkel. Ist doch so. Oh man, warum mache ich so eine Let's Plays eigentlich mit dir? Warum nicht, weil du Klieb hast. Ja. Ja, ja. Genau das wird es sein. Okay. Oh, der flitzt erst mal mir vorbei, der Bimbo. Ja. Ich finde es strecken, die sind irgendwie geil. Keine Ahnung, wo es lang geht. Voll shit. Jawohl. Digga, Kevin hat was. So ein Abfuck. Ah, ich hätte dann wohl den zweiten. Ja, der Kevin vor mir ist ja gar nicht mal so schlecht, sehe ich gerade. Oh. Was ist das denn? Du meinst, aus deiner Sicht heraus ist er nicht schlecht. So, ich würde nur daran erinnern, wer gerade vor dir war. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen klein Diva. Ich bin immer eine Diva. Nicht schon mehr kleine. Also wenn mein Wagen Vollgas gibt, dann klingt das ein bisschen so, als würde er husten. Bullshit. Das macht er ja auch. Ne. Da, 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 da. Oh man. Oh, fuhr. Komm, komm, genug durch, genug. Komm, komm, komm. Jawohl. Erster. Du bist Erster? Gönn dir. Was läuft denn hier verkehrt? Ah ja, ist auch Assi, du. Wer, du? Ja. Du willst aber nicht sagen, dass ich Assi bin. Nein. Nein. Aha, hier muss ich also hin. Ja, oh. Ach, nein. Zweiter Platz. Ernsthaft? Aller ist, na, kommen die da so lang sind durch. Oder kommen die, kommen die meisten, die überhaupt nicht ins Ziel oder so? Kann das sein? Ja, ja, ja. Oh, der Kevin Nader. Checkpoint! Oh, Mann! Du, wie weißt das, das gerade ein bisschen aufregt? Weißt das, das gerade ein bisschen aufregt? Na? Du bist so vor mir bist. Ich finde das gerade das Wunderschöne hierbei. What's up. Oh. Zeit vom Ersten. Wie kommt das denn? Oh, I hate you. Alter, jetzt kommt der mit Bing Cosby, Alter. Was ist mit dem los, den Jungen? Nein! Mother of God, das ist nicht normal! Der hat mich hier unten so ein Pisser überholt. Oh, miau. Tobi? Ja? Dünn ist Eis. Wie dünn? Ganz dünn. Okay. Ach! Tobi, ich habe auch mein Niveau, wenn ich mit dir spielen wollte. Na ja. Was soll das denn heißen? Das kann vieles heißen. Pisser. Kommt drauf an, dass du reininterpretierst. Oh oh. Und hopp. Oh, mies gefällt. Ich habe die Vermutung, dass der Adnan besoffen ist. Nein! Nicht nur der. Ah, fuck. Jawoll, das haut der in raus. Junge. Du liest auch gerade, was er reingeschrieben hat, oder? Nein. Ich frage mich, habt es irgendwie noch ein... Warte mal, was in der Zeit habe ich denn? Du willst wieder eine Abkürzung suchen, du kleiner Cheater. Ja. Will ich. Problem damit? Ne. Geht. Aber es gibt, glaube ich, keine Noten. Ich fahre schon wieder genau... Oder? Ne, das war treffig. Digga, wo holt der denn bitte? Wo holen die denn so viel Zeit raus, Mann? Alter, was ist das? WTF? Was schreibt der Junge da? Hey, das ist wirklich Schätzung. Heftig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, runter, 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 runter. Fuck, Mann! Minimale Chance. So, das ist jetzt die letzte Chance, nach einer guten Zeit zu fahren. Irgendwo muss es hier eine Möglichkeit geben, was rauszuholen. Ich habe sie bloß noch nicht gefunden. Ah, fuck. Oh, was ist vor mir? Schade, ich habe gedacht, das bringt es vielleicht... Ne, bringt es nicht. Scheiße. Ich glaube, es wäre... Kack. Ah, das wird nicht mehr reich. Nadeo! Pfff! Fuck. Scheiße. Das war ein Selbstmord. So ein Bullshit. Bin ich nichts vor dir? Ja, ein Platz. Ja? Ja. Ganz ehrlich, der eine Platz, ne? Das ist mir schon genug tun. Alter. Du. So, Hardcore, was ist das denn? Ich habe, das ist mir schon genug 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 Vielen Dank.